Hallo, du bist auf der Suche für deinen Kymco-Roller nach einem neuen Vergaser. Dann haben wir hier von 2Xtreme für dich einen hochwertigen Ersatzvergaser. Und zwar, du bist dir nicht sicher, passt der Vergaser überhaupt auf meinen Kymco-Roller? Das Ganze kannst du ganz einfach überprüfen, indem du den Vergaser hier, wo er am Ansaugstutzen montiert wird, einmal ausmisst. Und zwar, von Lochmitte zu Lochmitte sollte der Abstand hier 35 mm betragen. Das Ganze kannst du natürlich mit Messschieber machen, mit Lineal und so weiter. Sollte das Ganze natürlich so gegeben sein, wird der Vergaser zu 99% bei dir passen. Um nochmal ganz sicher zu gehen, kannst du natürlich auch den Luftfilteranschluss nochmal ausmessen. Dafür einmal hier auf 0 mm stellen, das Ganze hier anlegen und du siehst hier die Anschlussweite vom Luftfilter ist 28 bis 29 mm. Der Vergaser ist bereits schon ausgestattet mit einem E-Shock-Anschluss fertig. Ihr habt natürlich einen Anschluss für Benzin oder nochmal für Unterdruck. Und hier natürlich die Einstellschraube für Standgas, fürs Luftgemisch oder auch hier die Ablassschraube für den Überlaufschlauch. Falls ihr dann doch mal die Hauptdüse wechseln wollt, bevor ihr die Schwimmerkammer hier mit den zwei Schrauben löst, könnt ihr hier über diese Schraube vorher das Benzin aus der Schwimmerkammer ablassen. Der Vergaser ist ansonsten natürlich auch ausgestattet mit einem Schieber, einer Nadel und so weiter. Ihr schraubt das Ganze hier auf und braucht natürlich nur noch euren Gaszug einhängen, den Vergaser an euren Roller montieren und schon sollte das Ganze wieder funktionieren. Wir wünschen euch viel Spaß beim Shoppen in unserem Shop und sehen uns wieder beim nächsten Produktvideo.